Ja, die Wetterlage ist aktuell ja so langweilig in den kommenden sechs bis sieben Tagen. Da sucht man schon nach jedem Strohhalm und schon hat man einen gefunden in einem Wettermodell, im deutschen Wettermodell. Da wird ein Tief gezeigt, ein Höhentief und zwar am kommenden Freitag. Das könnte sich mal mitten rein mogeln in unser Hochrosi. Und dieses Höhentief würde uns am Freitag zum Teil kräftigen Regen hier im Nordwesten und teilweise auch im Westen bringen. Aber nicht alle Wettermodelle ziehen da auf diese Art und Weise mit. Und das schauen wir uns alles hier mal im Modellvergleich in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Das ist auch so die spannendste Sache in den nächsten fünf bis sieben Tagen. Ansonsten geht das sommerliche Wetter in den meisten Landesteilen einfach mal so weiter. Und dabei beginnt ja schon am Sonntag, der Oktober 2023. Das waren die Höchsttemperaturen von gestern. Ganz vorne mit dabei Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern 24,1 Grad. Auch hier in Mannheim 22,9 Grad. In Schwandorf 22,8 Grad. Und ebenfalls 22,8 Grad in Jena. In den kommenden Tagen wird es nach und nach noch ein bisschen wärmer werden. Wir klettern zum Teil deutlich über die 25-Grad-Marke drüber. Aber die Nächte sind lang und zum Teil auch kalt. Das sind die Frühtemperaturen von heute Morgen. Da messen wir beispielsweise in Messstätten 2,7 Grad in zwei Metern Messhöhe. In Eslohe 3,7 Grad. Oberstdorf 4,2 Grad. Sondra 4,3 Grad. Wie gesagt, alles in zwei Metern Messhöhe. Da ist es schon ziemlich frisch. Das machen eben die doch jetzt sehr langen Nächte. Ja, und wir gucken mal weiter auf diesen besagten Freitag. Das ist die Prognose der Europäer. Ebenfalls wir kommen Freitag. Und da sehen wir auch Regen, dieses kleine Tief. Aber vermehrt doch eher Schauer. Vielleicht auch mit Blitz und Donner. Und die kommen ja auch bis in den Westen des Landes voran. Doch das amerikanische Wettermodell sieht das Ganze noch am entspanntesten. Ebenfalls die Wetterlage am Freitag. Zwar dichte Wolken, auch mal etwas Regen. Aber deutlich weniger Regen als beispielsweise von den Europäern oder gar vom Deutschen Wetterdienst berechnet wird. Also der Freitag ist so ein kleiner, interessanter Knackpunkt. Da könnte was runterkommen. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht aber eben auch ein bisschen weniger. Wir schauen hier mal auf die Regensummen bis zum Freitagabend. Nach dem deutschen Wettermodell frisch eingetrudelt. Und da sieht man so Hamburg um die 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Nordwesten bis zu 15, teilweise 16, 17, 18 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das geht runter bis in den Norden von Rheinland-Pfalz. Auch hier zum Teil 6 oder 7 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja, und so sieht das Ganze aus beim amerikanischen Wettermodell bis zum Freitagabend. Da muss man mit der Lupe schon suchen, was da runterkommen könnte. 0 oder 0,5 Liter Regen pro Quadratmeter. Da kommt fast nichts vom Himmel runter aus dieser Wolkendecke. Wir sehen also, da gibt es doch noch größere Unsicherheiten. Immerhin ein klein wenig Spannung ist in den nächsten Tagen beim Wetter doch noch mit dabei. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose bis zum 11. Oktober für Berlin. Sommerliche Zeiten stehen da an. Um die 25 Grad, mehrere Sommertage hintereinander. Dann vielleicht um den 3. Oktober rum etwas kühler, um 20 bis 22 Grad. Dann vermehrt auch Regensignale. Aber wir sehen es hier schon, die Unsicherheiten, die bleiben uns da auch erhalten. Denn die Streuung wird dann immer größer werden. Der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Dienstag. Und das Hochrosi hat es sich gemütlich gemacht über den meisten Teilen von Europa. Zugleich strömt hier aus Südwesteuropa warme Luft zu uns nach Deutschland. Heute ein Sommertag in einigen Landesteilen um die 25 oder gar 26 Grad. In der Spitze im Osten, aber auch im Südwesten des Landes kühler bleibt es hier an der Nordseeküste. 19 bis maximal 20 Grad. Hier ziehen auch immer wieder mal ein paar dichtere Wolkenfelder vorüber. Ansonsten scheint die Sonne meist vom wolkenlosen Himmel herab. In der kommenden Nacht, da ist ein bisschen Dunst unterwegs, ein bisschen Nebel. Und die Temperaturen gehen auf 16 bis 10 Grad zurück. Wir merken also schon, die Nächte werden langsam wieder etwas wärmer bzw. milder. Morgen am Mittwoch, da kämpft die Sonne im Norden erstmal gegen die Wolken, gegen Dunst und Hochnebel. Ansonsten im Osten und auch hier im Süden viel Sonnenschein. Temperaturen 24 bis 27 Grad. Im Norden bleibt es mit 22, 23 Grad. Kühler direkt an der Nordseeküste nur 19 oder 20 Grad. Und dann zum Donnerstag auch nicht wirklich viel Neues. Wieder überall recht viel Sonnenschein, ein paar Wolkenfelder. Und die Temperaturen erreichen um die 20 Grad im Norden, 24 bis 27 Grad im Osten. Und hier im Rhein-Main-Gebiet bis zu 27 Grad ebenso auch am Oberrhein. Wir gehen schnell weiter auf den Freitag. Der wird dann spannend, wie gesagt. Da ziehen Wolken auf hier im Nordwesten. Die können mehr oder weniger viel Regen bringen. Da ist alles mit dabei. Das deutsche Wetterdienstmodell sagt hier, haben wir ja gesehen, das deutsche Modell zeigt bis zu 18, 19 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Europäer maximal so bis zu 10 Liter. Und die Amerikaner sehen fast überhaupt nichts. Da ist also noch vieles möglich. Die Temperaturen dagegen hier im Osten und auch im Süden nochmal sommerlich warm. Bis zu 28 Grad. Und das ist wirklich sehr warm für Ende September. Und diese Wärme geht auch einfach mal so weiter. Nur am Samstag gibt es so einen kleinen Dämpfer. Nachdem diese Wolken durchgezogen sind, ob sie nun Regen bringen oder nicht, wird es dahinter erst mal ein bisschen kühler werden. Mit Temperaturen um die 18 bis 24 Grad. Insgesamt viel Sonnenschein. Aber schon zum Sonntag zieht das ganz zumindest im Süden wieder deutlich an. Wir bekommen so eine leichte Wetterzweiteilung im Norden gerade mal 14 bis 19 Grad. Im Süden dagegen 26, 27 Grad zum 1. Oktober. Und der 2. Oktober, Montag, nächsten Montag, dann sogar bis zu knapp 29, 30 Grad im Südwesten möglich. Aber nach Norden viele Wolken. Hier vielleicht auch etwas Regen bei 20 bis 22 Grad. Und der Tag der Deutschen Einheit auch ein bisschen durchwachsen im Norden. Viele Wolken, aber kaum Regen. Aber deutlich kühler. Gerade mal um 18 Grad. Im Osten bis zu 21 Grad. Und dann hier im Süden. 26 bis 29 Grad zum Tag der Deutschen Einheit. Da haben wir also eine Wetterzweiteilung, eine Luftmassengrenze. Im Süden deutlich wärmer als im Norden des Landes. Und dann könnte es, die Betonung liegt auf könnte, könnte es bergab gehen Richtung normale Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit. Nächste Woche Mittwoch 16 bis 23 Grad. Donnerstag 14 bis 19 Grad. Und dann Freitag, also übernächsten Freitag, 12 bis 17 Grad in der ersten Oktoberwoche. Da wären wir dann so in dem Bereich, was eher normal wäre für die aktuelle Jahreszeit. Aber ob es so kommt, müssen wir abwarten. Wir schauen mal auf den Freitag, hier die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Da kommt in der Höhe kühlere Luft vorübergehend herangeströmt und schiebt die Wärme aus Deutschland raus. Aber schon ein paar Tage später am Sonntag, da kommt erneut von Südwesteuropa neue Warmluft Richtung Deutschland geströmt. Und die breitet sich schon wieder bei uns aus. Und wir schauen noch ein bisschen weiter auf den Tag der Deutschen Einheit. Und auch da sehen wir insgesamt, da bleibt es dann zweigeteilt. Zweigeteilt. Wir haben im Norden kühlere Luftmassen, aber im Süden noch sehr warme Luftmassen. Bis zu 16, 17, 18 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das heißt hier im süddeutschen Raum nochmal 25 bis 28 oder gar 29 Grad. Nach Norden dagegen deutlich kühler. Kaum Temperaturen um die 20 Grad unten am Erdboden bei diesen kühlen Temperaturen in der Höhe. Ein Blick auf die Ensemble-Vorsage für Norddeutschland. Und man sieht dann schon, tendenziell geht es dann im Oktober langsam nach unten. Aber das erwarten auch die Wettermodelle in ihren Berechnungen. Irgendwann muss es ja mal kühler werden. Es kann ja nicht die ganze Zeit so extrem warm weitergehen. Erstmal im Norden um die 25 Grad, noch mehrere Tage am Stück. Und dann geht es wahrscheinlich Anfang Oktober nach unten. 15 bis 20 Grad in diesem Bereich. Ab und zu sind mal ein paar Regensignale mit dabei. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier, ja, recht ähnlich. Erstmal um die 25 Grad. Mehrere Tage am Stück bis in den Oktober hinein. Aber dann könnte es auch hier langsam etwas kühler werden. Aber wir sehen auch, die Unsicherheiten sind groß. Eigentlich kann man nach dem 3.4. Oktober noch überhaupt keine Prognose abgeben. Und ab und zu ist auch mal ein bisschen Regen mit dabei. Und wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier erstmal stabil, warm bis zum Anfang des Oktober. Erst 25 bis 28 Grad. Danach das große Rauschen. Ab und zu mal ein paar Regensignale. Und wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier sommerliche Temperaturen, spätsommerliche Temperaturen. In den nächsten Tagen bis zum Monatswechsel um die 25 Grad. Bestes Wiesenwetter. Es bleibt trocken bis zum 3. Oktober. Dann sind hier und da mal ein paar Regensignale mit dabei. Und danach das große Fragezeichen. Da kann man noch überhaupt nichts ablesen. Temperaturen bis 25 Grad. Temperaturen um 10 Grad. Da ist im Grunde alles möglich. Und wir schauen die Landesmitte hinein. Auch hier eine ähnliche Wetterentwicklung. Bis zum 2.3. Oktober meist trocken. Wenig Regen. Temperaturen im sommerlichen Bereich über den Monatswechsel hinaus. Um die 25 Grad. Und danach das große Rauschen. Also ich wage mich mal nicht festzulegen, wer sich da durchsetzt. Die wärmeren oder die kühleren Luftmassen. Da haben wir schon gesehen, seit Ende August. Der Sommer hätte schon mehrfach aufhören sollen. Und er ging immer weiter und weiter und weiter. Aber irgendwann muss er auch mal zu Ende sein. Davon gehe ich stark mal aus. Wir wollen ja nicht an Heiligabend noch bei 25 bis 30 Grad im Garten sitzen. Und den Grill anwerfen. Vielleicht wollen das einige. Ich zumindest nicht. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.